herzlich willkommen zurück die rector's card resident evil im letzten part haben wir das aquarium ausgesaugt und dann sind wir ins grübeln verfallen und in dieser position stehen wir jetzt noch okay so aquarium ist leer schrank steht noch da und ich glaube am besten hatte ich hier nicht mal was falsch gemacht also wer wer das ganze sehen will wie ich das bleiben spiele ersten teil ist komplett hochgeladen jetzt halt hier noch mal der directors card also in die richtung wieder sich ach nee da waren nun schalter hinterher ok kollege danke schön nun ja der ist das aquarium schieben müssen das waren das war ja ok so bist du alle ja ich meine so stark wie wir sind hätten wir das aus so schafft und ich hoffe in die richtung geht auch sag mal das ist jetzt waren schiebe laune doch die andere richtung sie ist vollkommen von diesen rätsel schon vollkommen überfordert so mond wappen yes dies ok das war das ich habe keine ahnung mehr was mit dem mond machen musstest ich gab mond und dann anders aber wann das nicht bücher na keine ahnung ich weiß ob und was war mit dem kopf hier noch war da nicht mit licht ausschalten und wo finden wir die streichhölzer so und hier müsst ihr doch die leiche legen aber hier ist eine rote pflanze haben wir noch das ist jetzt halt ungünstig wir könnten die rote pflanze kombinieren jetzt haben wir pech gehabt aber hier liegt glaube ich noch ein magazin da kenne ich im magazin haben wir hier stellt aber okay nein damit können wir doch die kerzen anzünden unten feuer machen was hat man da aber auch noch kann ich anders nicht mitnehmen das jetzt ungünstig aber hier auf dem bett was ist denn der schwarze schatten wahrscheinlich ein schatten das ist jetzt halt blöd wie sieht die visage aus und durchsichtig das ist jetzt ein mega blöd das war es war zum lager laufen eigentlich erst mal so die das ganze inventar da reinpacken gibt es nicht so ein inventar sheet mag die inventar begründen zu mich die macht das eigentlich auch nur chris was machen wir gehen noch mal da lang jetzt warte mal haben wir noch den menschen das war hier nur dass die pflanze da müssen wir was rein kippen oder wir zünden sahen nee okay aber hier war glaube ich auch zu genau und hierfür können wir nämlich das feuerzeug benutzen habe ich doch gleich wieder vergessen fest verschlossen helm ist eingraviert okay so das heißt zum lager oder wie liegt eigentlich auf den gang auch was rum habe ich dann nie mitbekommen so wir sind hier und da unten ist unser lager okay dann passt das ja keine aufregung haben schon mit die geilste ladesequenz für die zeit eingebaut kannst du nicht sagen so hier ist unser lager packen wir alles rein wäre schon sinnvoll warte mal sortiere ich dir aber zumindest mal um dass das hier alles hintereinander kommt mondwappen sternen dingster bumster und dann passt das ja eigentlich schon wieder naja warte mal wir können viele gegenstände mitnehmen ich meine das können wir gleich kombinieren das ist schon eine knorke und dann passt ah ok treppe wieder hoch immer cool ich mag unser neues outfit kurze verwirrung das sind wir mal ein kamin anzünden und wo war der raum mit den kerzen ja das war auch mit den veränderten kammer perspektiven was soll es da machen so achso ne wir fangen an mit dem hier und werden das gleich mal kombinieren nein ist das ein super duper heil dings ok jetzt bin ich verwirrt muss ich das blaue warte mal ruhe aber blau war doch gegen gift ungünstig tja und das waren die shotgun munition natürlich liegen da war ich jetzt nicht drauf eingestellt so aber erst mal zünden wir einen kamin an der war hier am ende des raumes genau mh mh so und hier können wir das benutzen und da gibt es die karte ganz anders ähm da stand wir wohl schief so und nutzen also ich meine der kamin gibt einen guten hinweis mit ja da liegt holz drin wir haben feuerzeug gefunden was mit der karte zweite etage na was ich hier karte der zweiten etage aber wundert mich vereint eigentlich hatten wir das doch weil die hatten wir doch macht die andere seite wahrscheinlich na so aber das hat immer noch zu fragen ist ob wir da hinten reinkommen da war eigentlich auch zu nee das war ja das mit dem obelisken glaube ich könnten es halt auf der anderen seite noch mal probieren wo waren das mit den kerzen das war doch aber auch hier oder raum mit kerzen suchen so das fühlt sich ja allgemein zurück oder das oder die war hier der kerzenraum ich weiß ich war ja schon zwei oder dreimal drin aber ich sag euch jetzt das schon mal nicht maximal verbirgt okay wir gehen da lang warten wir da lang und genau ja und dann ja okay aus mir wird kein pro gamer mehr kannst vergessen so aber hier war ja hier war ja das giftgas giftgas ja gut ist das ja tötet einen wenn du nicht aufpasst zumindest das hatte ich noch im kopf so das war das bringt uns ja auch nichts aber jetzt einen anderen schlüssel ne immer noch dieselben schlüssel könnten die leiche anzünden also warte mal warte mal warte mal hier waren aber zwei türen ne war immer noch nur die eine wie kann ich denn immer so verloren sein schrecklich da hinten ist auch mal irgendwie was suche raum mit kerzen der war aber schon im oberen stockwerk ach so das war das okay und hier war ja auch nur die eine tür das ist auch eine andere kameransicht definitiv als beim standard ersten teil konnten wir da unten ja die holzuhr konnten wir nicht anzünden hat sich gerade so anders angehört was konnten wir mit der holzuhr machen fest verschlossen da haben wir glaube ich immer noch nicht okay 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 das ist geklärt die seite ist erst mal abgehauen gut ich meine im schlimmsten fall sind wir unten gleich durch dass ich da im kamin ne da musste ich kein feuer machen unten was hat sich denn jetzt durch das entblieben geändert weil wir hier nicht auch eine tür okay wir gehen runter ich bin bin echt wieder am herumhören das ist unglaublich sehr gut der war drüben ich bin der meinung der war oben gut die ist immer noch verschlossen ne und hier war es ja auch nicht anzünden alles anzünden das war die andere da war auch der kleine ok ok ich glaube ich habe da war doch der kleine raum und auch die kerzen ach nee nee nene NE so dafür haben wir aber jetzt auch nicht den schlüssel es müsste jetzt hier sein Ohne Zombie Habe ich den überhaupt? Ne, den konnte man nicht bewegen Jetzt kann ich nicht mehr kombinieren Blöd, blöd gelaufen Ne, den konnte man nicht schieben Warte mal, hä? Wie kann ich denn so verloren sein? War der echt drüben? Auf der anderen Seite? Und da muss es ja auch weitergehen Kam da eine Schlange aus dem Boden? Ne, das ist ja später passiert Also irgendwie blind komme ich besser durch solche Sachen Es ging so nur straks voran Und dann war irgendwann Ende Jetzt bin ich auch zu eitel nachzugucken Weil wir das schon mal geschafft haben Vielleicht ist aber auch das Rätsel anders Ne, man könnte auch Dann wäre es ja nicht mein Fehler Stört immer noch das mit der Holzuhr Wart mal, können wir da das? Haben wir jetzt aber eh nicht dabei, ne? Hm Hier konnte ich aber nicht das Feuerzeug benutzen Und hier kann ich das ja nur austauschen, ne? Ja Ja Und hier hatten wir ja auch schon getestet, ob hier da was nicht, ob hier ein Schlüssel noch irgendwie passt. Ist halt immer so gefährlich, wenn die Musik stoppt. So, aber da war doch... War da hinter der Kerzen rum? Wie kann man sich denn so schlecht an die Sachen erinnern, ey? Ja, wahrscheinlich ja nicht. Ich habe hier irgendwie mal das Badezimmer im Kopf. War aber an der anderen Etage, ne? Ja, was mache ich denn? Kann ich die anzünden? Das wäre neu. Ach, schade. Ich will Sachen anzünden. Von da komme ich. So, da hinten war das. Da kann ich aber auch nichts anzünden. Da ist auch kein Kerzenraum. Es ergibt alles keinen Sinn. Und die andere ist ja von innen verschlossen. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich war doch jetzt überall. Wo waren die verdammten Kerzen? Wir müssen zu der Treppe. Dafür müssen wir hoch. Dann gehen wir nämlich die Treppe runter. Und da ist der Raum. Und an den komme ich anders gar nicht ran. Ah, okay. Okay, und wir kommen am besten raus. Das weiß keiner. Das war doch... Könnte ich da eigentlich hier lang einfach, ne? Wer bin ich? Wo bin ich? Warum? Das könnte es wirklich sein. Das heißt, am besten hier hoch. Wenn wir dann bei der anderen Treppe sind. Ich denke, das wird es sein. Da weiß ich auch nicht, ob wir schon überall den Schlüssel benutzt haben. Ich glaube schon. Das ist doch falsch hier. Da lang. Vollkommen verloren. Ich kann das nicht. Und da habe ich noch nicht. Wenn die Töne. Dann gehen die Töne. ich habe so eine schlechte orientierung so das heißt ich habe falsch umgeguckt das heißt wir müssen jetzt links rein da kommt man nicht weiter genau links rein und zur treppe ich hoffe das ist es also sorry immer für mein ganzes rumüren wird doch nicht besser werden vielleicht ein bisschen eigentlich bis zum ende durch und dann die vorletzte tür oder ja das mit der treppe hatte ich jetzt gar nicht im schirm dass die komplett abgetrennt ist jetzt bin ich mega verwirrt ja ne müsste passen eine von den türen war es das war die falsche so den dort packt das war sicherheitshalber auch mit rein müssen wir halt im notfall zum lager zurück ok ja Es war hier oben dann die Tür. Irgendwo hier hinten. Schön, dass keine Zombies mehr irgendwo rumlaufen. Es war doch nicht hier. Und hier waren wir. Warte mal, hinten war ja der Kamin. Hinten ist der Kamin. Wo war der Raum mit den Kerzen? Das ist so peinlich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. In drei Tagen kommt der nächste Part. Ich werde mich vorbereiten. Und im besten Fall ist der Part schon online, dass ich mir vielleicht einen Tipp einholen kann. Es tut mir leid, dass das nicht spannungsgener war, die Folge. Ich bin am Suchen. Schönen Abend euch noch. Bis dahin. Schönen Abend euch noch im92 Jahr. Jetzt Lighthouse. Untertitelung des ZDF, 2020